Schönen Muschelsprung. Die kann ich am besten. Muschelsprünge sind meine Favoritensprünge. Team Muschelsprung. Enten. Für mich war das auch Enten damals. Enten. Beste Tiere. Ui. SNES 9X empfehle ich dir. Ultra Goku. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Enten. Ja, warum nicht? Enten sind... Ja, mit dem Panzer, das ist schon unrealistisch. Das stimmt. Die haben ja nicht mal einen Schnabel. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass das irgendwie ansatzweise in irgendeiner Welt Enten sein sollte. Enten sind... Ja, mit dem Panzer, das ist schon unrealistisch. Das stimmt. Die haben ja nicht mal einen Schnabel. Aber ja, Fledermäuse und Eulen gibt es auch. Darf man auch nicht vergessen. Wow. Richtig? Fledereulen. Ja, okay Kapostel. Er war halt zu gut, dein Fadi wahrscheinlich. Machste nix. ... ... ... ... ... sehr gut gold split summer best drop nicht ein muscheljump kriegst du hin dream anime nicht einen muscheljump das ist traurig gold split Hm. Kreuzblit Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Andy ist fertig. Ich mach kein Andy mehr. Alter, das war fast Deathless, oder? Alter, das war nix. Das war fast Deathless. Andy ist Ende. 5 Minuten 17. Ende. Hack durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, nächster Hack. 6,29. Okay, das reicht aber jetzt wirklich. Durchgespielt, definitiv.